Matchmaking gilt nochmal einfach als Solo-Dinge. Also du bekommst auf deine Solo-Dinge. Olli, ist alles okay? Bist du jetzt vom Tisch gefallen? Nee, die schreibt den Stuhlbeinen. Die wollten nicht unter den Stuhlbeinen von dem anderen Stuhlbein. Stuhlbein! Morsen. Ja! Stuhl, Garten, Bein, alle das Gleiche. So. Wir haben auf jeden Fall ein Team bei uns. Wir hat niemanden gesehen. Oh, scheiße. Warte, nee, das ist Dallos Nachbar, oder? Warte mal, ich erst mal... Okay, wir haben gar keinen hier. Nee, doch, oder? Doch, einer geht runter bei Kunran. Einer ist direkt bei Kunran. Äh, okay. Wo? Im Süden, im Süden ist der. Hätt die Boogie da grad geworfen? Ich hab mich auch grad gefragt. Im Süden bei dir drin, irgendwo. Ich hab ein SMG. Wer schießt da, wer schießt da? Ich hab gedacht, das wär bei euch. Er ist der Gegner, dass der da schießt. Ich hab nen epischen Autobahn trainiert. Ich war alleine. Raketenwerfer, hätt ich haben müssen, ey. Äh, noch mehr? Nein, das Provo. Nein, nein, das bist du. Da nur ein Schild einer über? Raketenwerfer von dir und holt um mir. Und eine Taschenfestung. Du hast den Raketen? Äh, ich hab noch gar nichts, nein. Also Pistolen und duz die SMG. Das ist ja echt eine traurige Ausbeute. Ich war hier oben grad noch. Wer hätte schon lange tönt sein müssen, der Boy. Ja, du wolltest mir auch mal nen Kill lassen. Er stand still, ich hab nem Revoler nebengeschlossen. Hier Early, dein zukünftiger Job ist hier jetzt ein Ding ins angekommen in Retail Row. So. Was ist denn da? So ein Frittenstag. Ach, Job meintest du oder was? Was denn sonst? Du hast Drops gesagt. Ja, ja. Ich hab noch Schildtränke abzugeben, drei kleine. Aber war nur ein Scherz, alles cool. Jeder Job kann Spaß machen. Gut, ist auch kein Raketenwerfer mehr, haben wir ihn gefunden? Er hat einen gross Schildtränke... Hat der ihn gar nicht. Hat er einen gross Schildtränke? Hat er einen falsche Schildtränke? Hat er eine Lila Minigun? Okay. Hat er ein gross Schildtränke? Hat er noch eine grüne Einflussschuldschuldschuldschuldschuldhi? Hier in dem Raum Kindern. Wählt einen hier noch irgendeinen Schildtränke für den Minigun? Einen klein? Ja, ja, ja. So. Ich hab einen grossen Tränke. Ich hab noch zwei kleine jetzt. Ah. Äh. Kleine wo es kleine Tränke. Ich dropp sie hier einfach, wo ich jetzt stehe. Also wenn jemand 400 Eisen hat, ne, Taschenfestung, es gibt sie. Rüner, er in meinem Haus. Ja, ich nehm sie mit. Oben? Unten. Raketen, ne, Leute, wenn ihr habt. Rüner, er oben in meinem Haus. Den Raketen. Holy shit. Was los? Ach, die Munitionskisten unter den Treppen stehen ja normalerweise immer gegenüberliegend, so gesehen. Also dass du sie eigentlich, wenn du unter die Treppe guckst, siehst. Aber die war gerade genau unter der Treppe. War die versteckt? Wer schießt da? Aus Versehen, ich dachte, ich hätte die Spitzhacke in der Hand. Unten ran war das nicht. Guck mal, mach dir mal Lärm. Jetzt wissen die Gegner, wo wir sind. Blauer her bei mir, wenn wir brauchen. Vielleicht Gegner. Blauer M4 halt. Ja. Was war das denn? Ach, Ente. Wo ist die, wo die Äte? Badezimmer. Oh. Ähm, hier wären noch zwei... Ich... Ich könnte dafür was droppen, aber ich würde mal sagen, hier liegen die Schilddränke. Wo ist die Schilddränke? Ach so, hier oben im Bad. Wo im Bad oder nicht? Wow. Hast du gerade die Ente zerstört? Ne, das Bad steht noch. Das sieht schön aus. Oh. Hallo. Ich habe hier nur einen Schlangengriff. Medi-Kiss. Hey, Nord-Ost, Nord-Ost, das ist ein Tower. Nord-Ost, das ist ein Tower. Oh, ja, ja. Auf jeden Fall. Hat zwei Hits vom Schild, ist nicht mehr viel übrig. Bauen sie sich auch zum Early rauf. Hinter dir, Early. Bauen zu. Wie ich ihm gegeben habe, er ist low. Ich habe ihn auch gegeben. Ich habe ihn auch gegeben. Er hat einen Sniper abbekommen. 105 Damage hat er also bekommen. Jawoll, boah. Der haben wir ihn gerettet, Kapuz. Sonst wäre er down gegangen. Ne, ich nehme noch welche. Ein Mann in Lode, nicht mit uns. Warte, der Steinweg da drüben. Unter mir, unter mir, unter mir, unter mir, unter mir. Ne, ich bin... Ja, hier unten. Die müssen close unten. Einer down. Early, der ist down. Ich treffe nix. Einer fehlt noch. Wo habe ich den eingebaut? Den Early meinte, den ersten, den habe ich gekillt. Hey, vergeben wir mal an. Scheiße, wo? Oben bei dir drin? Hey, close, grunnen. Habe ich... Oh, Alter. Gut, 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 gut. Alter, den einen habe ich so geil gesnipet hier. Und erst mal... Ich habe zwei Sniper Schuss getroffen. Unglaublich. Hier meine Minigar mitgenommen. Ich treffe sonst nie was mit dem Ding. Dalo, komm mal zu mir. Ja. Wenn wir den Raktorswerfer Dalo. Willst du dir? Dann okay, den Werfer nein. Aber wenn die Kapuze hat was schönes, dann ist das doch die andere Pamp, oder? Hä? Na, es ist was anderes. Okay, okay. Was denn? Da was, da liegt was im Eck, sag man. Okay, dann nimm du den... Mach du den Sprenger. Okay. Da ist ein Granatwerfer. Hier sind noch Bandagen hier oben. Äh, Erli, Schildtränke. Ist der da ganz drüben down? Dann laufe ich da irgendwo drauf. Welcher ist der da ganz drüben? Das ist doch ne blaue Shotgun, wenn du willst. Den habe ich schon gelootet. Hä, wann denn? Hä, ich war direkt danach hingegangen. Wozu wo? Äh, hier in den Linkster unter der Treppe. Erli! Ich habe den gelootet. Ich habe ihn erschossen. Bin da hingegangen. Habe ihn gelootet. Ist noch irgendwo loot übrig? Ich habe nämlich immer noch nicht wirklich Waffen. Habt ihr Raketen? Vielleicht habt drei. Ähm, ja, sechs Stück. Ich bräuchte sowohl Shotgun als auch noch ein bisschen. Habt vier Raketen gedroppt bei mir. Ah, okay. Äh, ich kann eine Shotgun entgegenkommen. Wie viel hast du? Äh, ich habe zwölf Schuss. Also vier habe ich über. Warte, ich droppe die Raketen. Brauchen wir noch ein bisschen Money. Ja, er bräuchte ich auch noch so ein bisschen. Ich habe 156. Ich habe auch 160. Ich kann droppen. Und kaputze auch. Dann droppen wir beide 60. Bei mir liegt einmal. Aber das muss dann nicht, dass ihr euch jetzt verpennt oder so. Wer belastet jetzt Kondon? Ich habe jetzt 127. Du sitzt mehr als ich sehr gut. Und hier liegt noch Money. Ja, ich habe für alles nur einmal eine Munition. Der Linksborder gebaut ist. Ja, hier vor uns. Und jetzt erst die Money. Nee, nee, Kondon. Riskier's nicht. Wenn dir einen zählen, dann weißt du. Warte, wie viele? Ah, ja. Hast du? 3,34 Schuss. Du hast meine aufgehoben, ja? Jetzt, ja. Jetzt. So. Sind wir stehen geblieben und dann hat er sich doch wieder bewegt. Close! Wer ist er? Geh bitte! Komm, triff jetzt Michi! Fuck! Komm hier! Einen in die Close habe ich. Da hinten ist er, da hinten ist er. John Wick, Alter! Der hat dir richtig geschmeckt, wa? Oh, 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 oh. Marvin. Okay, danke. John Wick kriecht in der Luft den Nose, Go. Woah! Okay. Schüsse?! 195, kann das sein. Einer geht links rum. Links, 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 links! 120er. Ich habe meinen Loot nicht bekommen. Vom Turm aus. Irgendwo da. Wow, da ist ein Sniper. Hat Schild Hits. Hat erst Schild Hits leider. Habt ihr den Granatwerfer noch? Ja, ich habe ihn. Jo, ein Sniper hab ich zu dran pushen. Der ist hinterm Stein, der eine Dude. Der wird zurück gehen. Links ist schon ein Unterschied. 34 hat er schon bekommen. Dahinter ist der Letzte. Sind noch zwei. Drei. 34. Olli, ums Eck. Olli, ich seh dich. Down. Dahinter, dahinter, dahinter. Okay, jo. Nice. Sehr gut. Oh, Otagefestung liegt hier. Zwei Stück haben wir insgesamt jetzt. Ich brauche unbedingt eine zweite Shotgun, ey. Ich brauche Money. Medikit liegt hier. Oh, Leute. Hier liegt noch ein Mini-Schild bei mir. Ähm, kann wir Kaketen droppen? Ich hab keine Raketen. Ich hab keine Raketen. Ich hab zwei gedroppt. Äh, klar, ich hab was für dich. Drei, kann ich stacken. Hier liegt noch ein Mini-Schild. Irgendeiner hat meine Impulse jetzt aufgehoben. Ne, die ist im Boden. Okay. Da liegt noch ein Medikit. Das kann ich nicht mehr. Ich hab jetzt drei Stück. Hat einer das Mini-Schild stack schon? Weil hier liegt noch eins. Ich, ich hab, ja. Okay. Hier liegt eine blaue Sniper, weil ich nehm eine Hunting Rifle mit. Äh, Raketen-Money. Ich würde den Medikit mitnehmen. 100 Raketen. Äh, Leute. Ich hab, ja. Nee, ich hab keinen Raketen. Entschuldigung. Mir fehlt noch ne bessere Shotgun. Wie viel Schuss hast du? Wie viel Schuss hast du? Ah, Early. Acht insgesamt. Achso, okay. Ich hab 18 Shotgun-Schuss. Auf zwei. Gibt 30. Ich hab zwei Taschenfestungen. Woher kommt? Ja. Oh, wo ist ein ganzes Stück? Ja, durch den Krater. Spiel daneben. Ja. Pogas, hat er grad gefragt, wie viel Eier Early hat? Hat irgendwie geschrieben im Chat. Äh, äh. Ja, wie wird dein Dialekt? Hört der sehmann wie Eier, wenn du AR sagst. Achso. So. Elinor, blauer Granatwerfer. Ja, hat er mehr? Ich will gern die Maschinenpiste. Hat er mehr wohl eher seh? Naja, hat er nicht. Komm, ich nehme die Maschinenpiste mit Stadt Shotgun. Scheiß hoch. Der Kurven, Alter, der Early hat aber auch mehr. Ne? Mehr Eier, meinst du? Ja. So. Ich nehme einen Kristall. Und jetzt schieß ich mich da. Lass mir den Kapuze. Genau schlau wie der Zweifel. Die sieht Niki immer nett. Du musst halt noch einkaufen gehen. Ich war schon. Boah, du Glücklicher. Wie wird jetzt der Supermarkt von dir entfernt? Äh, ich fahr eh mit dem Auto. Mit dem Auto fünf Minuten. Oh, ein Siegen. Ja, wie brauchen wir so eine... Gegner Osten, weit weg. Mindestens 200, 300 Meter. Wo, Osten? Ja, ist einer gewesen. Ganz weit hinter dem Berg. Wann, ob er heult? Ich hab 1000. Ich hab nur 999. Wenn du mir eins droppen kannst. Ja, komisch. Links. Oh, ich bin direkt vor. 58 Damage. Macht doch nicht so einen Stress. Das ist der Einzelne. Nochmal, 53. Das ist er. Ja, das ist der Einzelne. Das war's in meinem... Ja! Das war's in meinem... Hab gedabbt. Habt ihr es gesehen? Achso, habt ihr es nicht gesehen? Ähm, so. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Bitte so. So, äh, kann ich die... Kannst du die... Ja, danke. Ja, die Ballen. Alter, dann haben wir drei Taschenfestungen, ne? Krass. Komm, hast du eine Airmonie? Komm, halten, ey, vor der Taschenfestung. Ja. Wie viel Airmonie habt ihr denn? 600. Also jetzt hab ich noch 300. Ja, dann können wir ja nicht ab 80. Gebt wohl, Leute. Ich weiß nicht, was... Wie viel Kapuze jetzt hat. 385. Ne, ich bin so. Achso, warte, du hast mir jetzt echt viel gegeben. Aber lass das jetzt hin. Ich hab immer noch 183. Wenn du noch... Wir gehen da doch nicht hinterher. Oh doch. Er kommt uns wieder entgegen. Kann ich? Lola, was war denn das für ein Suicide-Zug? Der stand die ganze Zeit an der Säule. Der ist nie weggelaufen. Ich will Sniper-Munny noch nehmen. Kann ich denn... Naja, ich hab 25 auch nicht. Hier ist ne Dinge zum Jagdgewerb. Ist einer noch Sniper-Munny? Ja, ich hab. Ich hab. Wahrscheinlich auch. Ich hab mehr. Ich hab mehr als genug. Nimm du die wieder mit, Conan. Oh, sorry. Immer noch 79 Schuss. Achso, ne. Die Taschefetzung werfen und dann sag Bescheid, ne? Leute, hier darf man nicht bauen. Also, was ist das für ne geile Sperre? Du kannst die nicht bauen. Ja, ja. Das ist echt gut. Das kann man... Vor uns ein Gegner. Ach, schade. 15, 15. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Entschuldigung. Ich dachte ich krieg ihn, deswegen war es unnötig noch weiter zu gehen. Ja, ja. Ach gut. Muss noch hinter der Mauer stehen, oder? Ne. Ne, wo ist er hin? Hier hinter der Mauer eventuell? Ne. Wo bist du? War er überhaupt ein Gegner? Ja, die Zucker. Die Zucker Olle. War er in den Börgen geladen? Lol. Hä? Wo ist der? Ja. Ich hab' Gespenster gesehen. Ne, ne, ne. Komm mal. Komm hier hinter. Hä? Wie kann man so schnell mal empf... Das wär' witzig. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Aus Südosten. Kapuzzo, du läufst genau drauf zu. Hinter der Mauer ist einer. Direkt vor mir hinter der Mauer. Ich seh'n, ich seh'n. Shit, der hat mich auf. Ne, der hat noch nicht. Äh... Monti, 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 Monti. Ist wieder unten. Haben einen gedau'nt? Ich auch. Eigentlich hätt' ich beide gerammt, aber Erleans stibitzt. Wo sind die Mates? Äh, die müssen auch von Südosten kommen, oder? Also einer war da, das waren zwei Leute, ne? Habt ihr beide? Ja, aber die leben noch. Der eine wurde 360 von irgendwem. Von mir. Shit, jetzt hat Kapuzas Jumpit aufgehoben. Äh... Ein Airdrop geht direkt bei uns. Hier, oder? Danke. Ja, sorry, dein Mates ist eh tot. Äh, Zoos abgefahren, Kollege. Nichts Raketen mit. Hast du Raketen? Hallo für mich? Äh... Ja, drei. Äh... 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 Ja, komm. Ich glaub's wie gesprungen. Äh, hast du das schon, bitte? Ja, eins hab' ich. Du hast auch eins. Ich hab' auch eins. Ja, ich denke. Äh, jeder hat da eins. Äh, hier vor mir John Wick läuft. Äh, Early ist die falsche. Andersrum. Er ist ganz weit hinter uns. Ja, zwei Leute ist die. Ich bin immer... Ich gucke immer noch. Die wollen zum Airdrop. Die wissen nichts von unserer Existenz. Die laufen zum Airdrop. Die wissen natürlich was von unserer Existenz. Sie stehen oben rechts. Da weißt du was du meinst. Ja, die wissen doch, dass wir noch leben, Early. Moment. Ich mach jetzt Sam Fischer. Hinten am Bogoladen. Einer ist bei dem Airdrop drin. Aber nicht mit mir, ihr Schweine. Genau da ist einer drin. Hallo? Den hast du. Okay, den hast du schon. Hallo, direkt hinter die Hände, die beiden. Geh erst zu dir raus, ich bin Dalo. Der ist unten, der hat ein Jump Pad genommen. Geht der hinterher. Hab ihn 66 mit. Hab einen. So, ist der hier noch da? Der ist oben. Ich stehe leider nicht. Hallo, warte, ich hol ihn raus, ich hol ihn raus hier. Ja. Runter. Oh, Nachladen. Letzter Gegner. Okay. Mini Schilddrang ist hier noch. Allerliebe, die fucking Pistole, ne? Hat jemand Raketen? Oh, drei. Na, ich hab auch keine mehr. Hier liegt noch ne Sgar. Oh, irgendein Impulsgranaten? Hat jemand den AirDog geöffnet? Ja, er. Danach hab ich ihn erschossen. Hier liegt noch ne Ding ins Kapuze. Komm her, hier liegt alles, was du brauchst. Bein. Keine Unteränderung. Barst du, ich bin, seriously, ich... Ja, hier ist ein Verbandskasten und Co. Achso, lol, ich hab kein Leben mehr auf. Ja, und guck mal hier. Ich hab auch noch nen Jug, aber wenn du nen Verbandskasten hast. Ja, aber er hat auch kein Schild mehr, ne? Doch, er hat 50 Schild. Doch, er hat 50 Schild. Ich hab 50 Schild, ja. Ich glaub, ich scheiß in Zukunft auf Shotgun, weil die taktische Pistole ist einfach... Ich liebe das Ding. Der hätte den Jug gegeben, aber ich hab's vergessen. Ja, ist gut. Hab kein Jumpit mehr, Kunran. Ich auch nicht. Ich hab neun Fallen. Ja, soll ich mal nen Ding ins? Wer schießt denn da? Der Gegner wahrscheinlich. Komm, muss er für Base bauen und ich hau den da oben drauf. Er hat auf mich geschossen. Vorsicht. Wo ist er denn? Du baust ne Base und haust oben drauf. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Kommt er noch auf den Voraus? Nein. Wir machen, Leute. So geht das heutzutage. Guck mal, ist er bei dir? Nein. So, Leute. Das wäre nicht meine Base. Hallo, fick dich! Nein, Dallu! Nein, Dallu! Nein, Dallu! Ich hab perfekte Sicht hier oben. Äh, lol. Habt ihr das Jumpit gestellt? Hm. Wo könnte er nur sein? Leute, kommt das Jumpit von euch ohne Scheiße. Ja, das kommt von Garfunza, weil ich weiß echt nicht. Ja, wahrscheinlich wird er da drin sein. Ich war in dem einen Gebäude, im Keller zum Beispiel war ich drin. Loll, da ist keiner drin. Ist das einer von euch gebaut? Ja, das habe ich gebaut. Warum? Weil ich wollte es schön machen. Weil ist ein Jumpit da oben. Hab ich gesehen, deswegen will ich da hinten. Voll. Ich dachte, hä? Ich dachte, er ist schon da. Wenn er den letzten Gegner holt, wenn er da drin ist, ey. Wo drin? Gibt es zwei Orte, wo er sein kann. Also im Keller ist noch nicht, da habe ich geguckt. Der hier wäre lustiger. Schade. Schade. Vielleicht ist er im Nachhinein noch nicht in den Keller reingegangen, aber... Oh, wohnt ich drüber? Genau, ist da. Was ist denn, wenn er hier direkt im Haus ist, die ganze Zeit? Das wäre jetzt lustig. Ich habe neun Fallen. Im Keller warst du hier schon? Ich war im Keller. Der ist in dem Haus. Er ist auf jeden Fall in dem Haus. Kunde dran. In dem Haus ist doch nichts mehr übrig. Ja, hier kann er nicht mehr sein, wo die Zone kommt. Wo ist der? Skybase? Klar muss er in der... Äh, was siehst du gerade da? Ich habe ihn. Wo? Wo ist er? In dem Haus. Bei dir? Wo? Unten oder oben? Er hat doch gerade einer mit dem Boden vor die Nase gesetzt, oder nicht? Er sei hier nicht drin. Ich habe gerade über mir eine Decke gehabt. Ich wollte gerade die Treppe hochlaufen, dann hat einer den Boden gesetzt. War vielleicht ich, aber... Hm. Also in dem Haus habe ich alles zugemiet. Ja gut, aber gibt es einen Kerl in dem Haus? Gibt es einen Kerl in dem Haus? Hier ist er. Wo? In dem Busch. Los. Ja was? Wow. Er hat sich ja noch selbst getötet am Ende. Und dann hat den Kay nicht bekommen. Er tötet sich auch. Ich laufe vor allem da so in den Busch. Ich habe überlegt, schießt in den Busch rein. Nee, läuft einfach mal durch. Oh, man kann nicht durchlaufen. Dann schieße ich wohl doch mal lieber. War eine wundervolle Runde. Die war echt nice, ja. So da haben wir... Drei Wins haben wir heute gehabt. 820. 5. 5. 3. 3. Unran. 6. Eins und geht's. Eins und geht's.